Einfach eine Stunde schnell, bam, gib ihm! What the fuck, man? Vielleicht nicht mehr so auffahren, wie wär's damit? Guten Morgen, YouTube! Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's blendend. Am Himmel sind ein paar schlechte Omen zu sehen. Das sind die Vorboten der Apokalypse. Das A8-Video... Bruder... Das A8-Video ist nicht so gut angekommen, wie ich sehe. Keine Ahnung, woran das liegen könnte. Aber das zeigt mir persönlich... Bruder, hock dich nicht mehr vier Stunden hin und schneid ein Video so lang. Einfach eine Stunde schnell, bam, gib ihm! Für alle, die meine Videos schauen, ihr wisst, wo wir jetzt gleich vorbeikommen. Bitte alle schon mal die Lippen bereit machen, um Augen zu küssen. Hier ist er, die Legende, Abdallah himself. Geküsst sein, seine Augen. Ja, Bruder. Wär's, wenn man einfach zehn Meter weiter geht, dann über die Straße, wo eine Ampel ist. Der hört sich okay an. Das darfst du auch ruhig überholen, Kollege. Ja, 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 rechts ist das Gas. Ganz wichtig, dass der CL dasteht, ne? Was machen wir heute eigentlich, YouTube? Nix. Das sind echte Videos, die am besten ankommen, irgendwo auf diesem Kanal, die, wo ich nix mache. Wo ich mich auf mein Baby setze und los. Weil ich glaube, wir machen heute was anderes. Wir fahren nicht die Leopold entlang. Ich weiß, jetzt denkt ihr euch gerade, hui, 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 also, das ist ja was ganz anderes. What the fuck? What the fuck? Ich hoffe, das hat man auf dem Video gehört. Aber die waren ja mal komplett durch im Kopf, ne? Ah, da ist der CL, der ganz, ganz, ganz dringend weg muss. Digger, was gibt denn der X2 da so viel Gas, Mann? Der X2 weiß auch nicht genau, was er will, ne? What the fuck, Mann? Ich check's nicht. Die müssen ja zusammengehören, so wie die da rumgedüst ist, Mann. Da steht wieder diese G-Klasse. Das ist unglaublich. Jetzt, wo ich die Polizei hier sehe, ich hab immer noch nicht mein Fahrzeugschein. Also, bei mir. Der liegt halt zu Hause rum. Na, ein Rolls-Royce und ein S63 und ein Aston Martin. Und da hinten stand noch was, was ich vergessen hab. Und wir sind ja noch nicht mal richtig reingefahren in die Leopold. Äh, Leopold, sag ich. Wir sind ja noch nicht mal richtig reingefahren in die Maximilianstraße. So ein Touareg ist halt auch fett, Mann. Sonst, ja, G-Klassen gibt's irgendwie, irgendwo gibt's die geschenkt. No joke. G-Klasse und Maybachs. Irgendwo werden die verschenkt. Und warum bin ich nicht da? Der GTA ist halt ein fettes Viech, Mann. Also, der sieht schon nicht mehr lustig aus. Der Touareg sieht aber auch gut von vorne aus. Da, Junge. SM-Martin. Vielleicht nicht mehr so auffahren, wie wär's damit. Vielleicht nicht mehr auffahren. Vielleicht, ganz sicher. Vollidiot. Maschallah. Schaff ich's im Video noch zu Maggie zu kommen? Oder Burger King, wo auch immer ich hin will. Ähm, wie muss ich fahren? Wo bin ich? Da, okay, ich weiß, wie ich fahren muss. Ich war grad komplett lost. Hallo, vier Cheeseburger und zwei McDouble Chili Cheese. Ja. Das ging mir zu schnell. Ich hab keine Zeit. Servus. Ja. Noch kurz. 2000 Jahre später. Oh Mann, warum muss ich auch so komplizierte Sachen immer bestellen, die so lang brauchen? Mann, Daniel, kannst du ja einfach zwei Cheeseburger nehmen und fertig. Eine Ewigkeit später. Danke dir. Ich stand grad voll im Weg. Kennt ihr das, dieses Gefühl, wenn ihr wisst, ich bin grad komplett fehl am Platz und verkackt die ganze Situation? Story of my life soeben. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, YouTube. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Genießt das schöne Wetter, was nicht mehr sein wird, wenn dieses Video rauskommt. Aber egal. Genießt trotzdem das schöne Wetter. Sollte es wiederkommen. Was machst du? Sie ist nach Hause. Oh, da ist sie Mina. Wo warst du? Warst du bei deiner Mom, oder? Ach so. Ja, ich war grad Essen holen schnell, deswegen. Ich wollte grad sagen, was ein Vollspast fährt da links neben mir, Bruder. Ich darf ganz normal die Spur benutzen. Ist einfach mein Schwager. Alles klar, Digga. Dann beenden wir das Video jetzt, aber YouTube jetzt wirklich. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt das schöne Wetter, wie gesagt. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bleibt mir gesund. Jalla. Gib ihm. Am es?